Geil! Das lohnt sich aber auch viel mehr als nicht. Du hast die Finger da mehr ab. Man merkt, wie diese Fahnen sind. Man merkt so voll, wie diese Fahnen sind. Das ist voll krass. Das ist so schlimm. Alter, Kroger ist auch nicht geknappt mit den Bäumen. Schau, ich war gerade richtig knapp vorbei. Schau. Von schön ist leider immer nicht gefahren. Ja. Das ist krass eigentlich. Was? Das ist voll krass die Welt in Gefahr. Ja, ja. Wie lange sind wir jetzt schon auf dem Platz drauf? Was? Wie lange sind wir jetzt schon auf dem Platz drauf? Ein bisschen hoch oder so. Wir sind seit über 3 Stunden hier. Und das ohne das Ding ist noch nicht ein einziges Mal. Das soll es für dich gewesen sein. Das ist nicht ganz cool. Das ist ein bisschen hoch. 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 Die sehen sich von klein aus. Alter, da kommt noch. Die gibt es hier oben. Und wir würden nicht mehr zurückkommen. Lustig. Das ist echt geil, ne? Ja, ist toll. Ja, das ist toll. Und da gibt es gleich einen. Ja, das kann er nicht mit einem Motorrad. Machen wir es? Das ist dann auch eine ... ...kann er nicht mit einem Motorrad. Nein, nein, nicht mal. Nein. Ja, das ist toll. Ich weiß nicht, nicht mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, nicht mal. Das war's für heute.